Ihr wollt wissen, wie ihr in 2024 das super süße Polarfuchs Haustier bekommt? Ganz einfach, dafür müsst ihr nur nachdem ihr die Quest aus dem Winterdorf abgeschlossen habt, hier hinten in diese kleine Ecke zu unseren kleinen Polarfuchsfreunden gehen, denn dort wartet nämlich die Rangerin Joyce mit einer super kurzen kleinen Sonderquest nochmal auf euch. Ihr müsst einfach nur hier auf der Karte unten in diese Ecke reingehen, und trefft dann dort Rangerin Joyce, die nämlich hier hinten wartet und euch die Aufgabe gibt nochmal, für die kleinen Füchse hier einen Unterschlupf zu bauen und als Belohnung bekommt ihr dafür dann nämlich eines dieser kleinen Füchse. Vielen Dank.